Und dann geht es auch gleich los. Mit Girolamo unter dem Beifall des Publikums geht es an der Tribüne vorbei. Basha mit einer Dreiviertellänge mit der Spitze vor Runaway in zweiter Position. Drittes Pferd ist dann außen an Dolini vor in Berlin. Berlin, Girolamo ganz außen mit Seismos. Dahinter dann Wildrossel mit Silvana. Wildrossel hatte da ein bisschen Schwierigkeiten am Übergang. Daniele Porcu konnte das aber aussitzen. Am Ende des Feldes galoppiert Zorlando. So geht es in kompakter Formation durch den ersten Bogen. Runaway ist vorne vor ihnen Basha. Dahinter sieht man dann außen Seismos. Und jetzt kann sich Wildrossel auch zügig verbessern. Ist leicht in vorderer Linie und streckt jetzt den Hals in Front. Wildrossel übernimmt das gleich in die Gegenseite. Geht das Kommando an Dolini. An der Außenseite ist dicht auf. Dahinter sieht man dann als dritten Kandidaten Runaway vor Basha. In der Mitte des Feldes versteckt sich Girolamo. Dann sieht man außen Seismos, Silvana. Und am Ende des Feldes Zorlando. Die Pferde am Mittelpunkt der Gegenseite. Wildrossel die Schimmelstute vorne weg. Dahinter Runaway in zweiter Position. Außen daneben vor Andolini in vierter Position ist dann Basha. An der Seite von Basha sieht man Girolamo. Dahinter dann Seismos mit Zorlando. Und Silvana mit Berlin. Berlin am Ende des Feldes galoppiert. Silvana die Pferde gleich Ausgangs der Gegenseite. Wildrossel führt das Feld weiter an. Wildrossel vor Runaway. Andolini dahinter innen Basha in vierter Position. Dicht auf ist Girolamo der sehr frei galoppieren kann. In der Mitte vor Berlin. Berlin und Zorlando am Schluss des Feldes bleibt weiterhin Silvana. So geht es durch den Hornerbogen. Wildrossel knapp im Vorteil vor Runaway. Runaway rückt jetzt etwas näher heran. Dahinter dann an der Außenseite Andolini. Und dann sieht man auch Girolamo. Und mit dem Eddie Pedrosa jetzt hier besser Fuß fassen kann. Und jetzt sind die Pferde im Einlauf. 400 Meter sind es noch. Runaway ist vorne unter Stephen Drone im englischen Gasjockey. Dahinter versucht es Andolini. An der Innenseite Basha. Berlin versucht jetzt zu kommen. Und an der Außenseite startet jetzt Girolamo den Angriff. Und Girolamo wird stärker. Da Girolamo mit Runaway an der Innenseite ist Berlin. Berlin, 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 Berlin wird immer stärker. Berlin, Berlin mit Runaway, Runaway. Und Berlin, 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 Berlin mit Runaway, 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 Berlin, 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 Runaway. Dahinter dann Girolamo auf dem dritten Platz vor Silvana und Zorlando. Dann Basha mit Seismos. Und dann Wildrossel, die lange führte mit Andolini. Aber ich habe hier Berlin, Berlin knapp im Vorteil gesehen. Aber ich will hier wirklich nichts beschreiben. Wir müssen wirklich abwarten, was die Zielfotografie gleich ausweisen wird. Also schauen Sie noch einmal auf den Rennfilm. Runaway ist hier noch vorne. Aber bei der Innenseite kommt Berlin, Berlin ganz stark auf Touren. Ja, und jetzt sind wir alle mussmäus in Stille und gespannt, was der Zielrichter gleich für ein Foto aus dem Hut zaubern wird. Vorläufiger Richterspruch, siebter Rennen, ID.113. Hansapreis. Nach Auswertung der Zielfotografie siegt die Nummer 8 Berlin, Berlin mit einer Nase vor der 4 Runaway. Auf dem dritten Platz die 3 Girolamo und vierter die 6 Silvana. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch, siebter Rennen, ID.113. Hansapreis. 8 Berlin, Berlin mit einer Nase vor der 4 Runaway. Auf dem dritten Platz die 3 Girolamo und vierter die 6 Silvana und fünfter die 7 zur Landung. 2 Tabereis. 2 Tabereis. Vielen Dank.